Ein Aufsitzmehr ist eine Art Rasenmäher, der es dem Bediener ermöglicht, während des Mähens auf dem Gerät zu sitzen. Diese Art von Mäh ist wichtig für die effiziente Pflege von großen Rasenflächen wie in Parks, Sportplätzen oder Golfplätzen, da sie dem Bediener ermöglicht, längere Zeiträume ohne Ermüdung zu arbeiten und eine gleichmäßige Mäharbeit zu leisten. Durch die Nutzung eines Aufsitzmehrs können Rasenflächen schneller und mit weniger körperlicher Anstrengung gemäht werden, was Zeit und Arbeitskraft spart. Im heutigen Video zeigen wir Ihnen die 5 besten Aufsitzmehr. Lassen Sie uns beginnen. Los geht's mit unserer Liste auf Platz 5, XS Petro Ride-On Lawn Mower. Mit dem XS Benzinrasenmehr 9 BRT 610 können selbst große Rasenflächen schnell und mühelos gemäht werden. Dank der großen Schnittbreite von 61 cm und des leistungsstarken Viertakt-Benzinmotors mit 4,8 kW und 6,5 PS geht die Arbeit zügig voran. Die vier Vorwärtsgänge und der Rückwärtsgang ermöglichen komfortables Fahren und Manövrieren. Durch den elektrischen Start lässt sich der Rasenmehr auch einfach starten. Der Aufsitzrasenmehr verfügt über vier Vorwärtsgänge und einen Rückwärtsgang, dies ermöglicht eine Fahrgeschwindigkeit von bis zu maximal 4,6 km pro Stunde. Der Mower kann auch manuell einfach ein- oder ausgeschaltet werden. Ein leistungsstarker Viertakt-Benzinmotor mit 196 m³ und 4,8 kW oder 6,5 PS sorgt für ausreichend Kraft. Der integrierte elektrische Start gewährleistet ein einfaches Starten des Aufsitzmehrs. Mit nur einem Griff können Sie über die zentrale Schnitthöhenverstellung eine von fünf Schnitthöhen von 35 bis 75 mm wählen. Hier ist der Punkt Nummer 4, Scheppach Petrolawn Tractor. Der Scheppach MR224-61 ermöglicht selbst das Mähen großer Rasenflächen schnell und mühelos. Die großzügige Schnittbreite von 61 cm und der leistungsstarke Viertakt-Benzinmotor mit 5,0 kW und 6,8 PS sorgen für zügigen Arbeitsfortschritt. Die vier Vorwärtsgänge und der Rückwärtsgang ermöglichen komfortables Fahren und Manövrieren. Dank des elektrischen Starts lässt sich der Rasenmäher auch problemlos starten. Wenn Sie große Rasenflächen mähen müssen, können Sie mit einem herkömmlichen Rasenmäher schnell an Ihre Grenzen stoßen. Ein Aufsitzrasenmäher ist dann die ideale Lösung. Mit dem Scheppach MR224-61 Aufsitzrasenmäher von Scheppach lassen sich selbst große Rasenflächen dank einer Schnittbreite von 61 cm bequem und mühelos auf die gewünschte Schnitthöhe trimmen. Der Punkt Nummer 3 – Brast Petrolon Tractor Der TV-zertifizierte Aufsitzrasenmäher beeindruckt mit einem leistungsstarken Viertakt-Motor, der eine Hubraum von 224 ccm und eine Motorleistung von 5,15 kW bietet. Dank der beeindruckenden Schnittbreite von 61 cm können mittlere bis große Rasenflächen schnell und effizient bearbeitet werden. Die fünfstufige Schnitthöhenverstellung ermöglicht zudem eine perfekte Anpassung an unterschiedliche Rasenbedingungen für optimale Schnittergebnisse. Der Brastrasentraktor ist mit einem Hinterradantrieb für maximale Leistung und einfache Bedienung ausgestattet. Mit seinem flexiblen Fünfganggetriebe, einschließlich vier Vorwärts- und einem Rückwärtsgang, kann er perfekt an individuelle Anforderungen und externe Bedingungen angepasst werden. Einsatzbereit mit nur einem Dreh, unser Aufsitzrasenmäher verfügt über eine elektrische Startfunktion für mühelose Starten mit Zündschlüssel, ergänzt durch die Möglichkeit eines Seilzugstarts. Die Starterbatterie kann für den nächsten Einsatz problemlos über das mitgelieferte Ladegerät aufgeladen werden. Der Brastaufsitzmäher besticht durch seinen üppigen 150 Liter Grasfangkorb, einen Drehzahlregler und die nützliche Seitenauswurffunktion. Die Frontscheinwerfer sorgen auch bei schwierigen Sichtverhältnissen für klare Sicht. Die großzügig dimensionierten, luftgefüllten Reifen, ein bequemer, federgelagerter Fahrersitz und das leicht zu reinigende Reinigungssystem garantieren maximalen Bedienkomfort. Nummer 2 in unserer Liste – Fanadolone Tractor Der Rasentraktor-Lifter dient zum Anheben von Rasenmähern, kleinen Traktoren, Aufsitzrasenmähern, Rasentraktoren, Quarz und so weiter. Die maximale Traglast beträgt 400 Kilogramm. Der Rasentraktor-Lifter ist stabil und hat einen sicheren Stand. Die Bodenstützen der Hebeplattform gewährleisten einen sicheren Stand und wenn er nicht in Gebrauch ist, kann die Hebehilfe kompakt zusammengeklappt und platzsparend verstaut werden. Der Neigungswinkel ist bis zu ca. 45 Grad frei einstellbar. Reinigungsarbeiten am Rasentraktor-Lifter, Wartung und Reparaturen sind daher schnell und einfach möglich. Der Rasentraktor-Lifter kann problemlos eine sehr schwere Last von bis zu 400 kg für das Anheben von Rasenmähern, kleinen Traktoren, Aufsitzrasenmähern, Rasentraktoren, Quarz und so weiter aushalten. Mit dem stufenlos verstellbaren Neigungswinkel von bis zu 45 Grad können Sie Ihre Arbeit mühelos erledigen. Der Rasenmäher-Lifter ist mit einer Sicherheitsverriegelung ausgestattet, um die Kurbel zu sichern. Bitte verwenden Sie den Rasenmäherheber nicht, wenn der Pfosten nicht ordnungsgemäß eingesetzt ist. Die Nummer 1 in unserer Liste, Brast Petrol 4,8 Kilowatt Lawn Tractor. Ab sofort nehmen Sie fest im Sattel Platz, wenn Sie den Rasenmähen. Das Mähen war noch nie so bequem und angenehm. Einfach hinsetzen, starten und den Rasenmähen, während Sie lenken. Und sobald die Arbeit erledigt ist, einfach mit der Schutzabdeckung abdecken. Der Benzinrasentraktor BRB RM61196 von Brast aus dem Jahr 2019 ist mit vielen Sonderfunktionen und Ausstattungen ausgestattet. Dank der elektrischen Startfunktion können Sie unseren Brast-Aufsitzrasenmäher bequem und schnell mit dem Zündschlüssel starten. Die variable Fahrgeschwindigkeit mit fünf sanften Gängen ermöglicht es Ihnen, die Arbeit nach Ihren Bedürfnissen zu steuern. Darüber hinaus verfügt unser Kraftpaket über einen Viertakt-Benzinmarkenmotor mit 4,8 Kilowatt und 196 ccm Hubraum, 61 cm Schnittbreite, luftgefüllte Reifen, 5-stufige zentrale Schnitthöhenverstellung und das geniale EasyClean Reinigungssystem. Ich hoffe, Sie fanden dieses Video hilfreich, um das besten Aufsitzmeer unter vielen Artikeln herauszufinden. Wenn Sie das hilfreich fanden, geben Sie bitte einen Daumen hoch. Kommentieren Sie Ihre wertvolle Meinung und teilen Sie uns mit, welches für Sie perfekt ist. Abonnieren Sie unseren Kanal, um die neuesten Updates zu verschiedenen Produktbewertungen zu erhalten.